Blue hat ein Baby, das ist unmöglich. Hey, Kleiner. Du siehst ja aus wie deine Mutter. Ich werde sie wieder zurückbringen. Das verspreche ich dir. Die Macht der Genetik wurde entfesselt. Wir müssen einen schrecklichen Fehler korrigieren. Die Weltuntergang so scheint abzulaufen. Wenn unsere Welt überleben soll, zählt das, was wir jetzt tun. Ich könnte Ihre Expertise brauchen. Willst du da Wurzeln schlagen? Ein Baby-Raptor? Ich habe versprochen, dass ich sie nach Hause bringe. Sie geben ein Versprechen an einen Dinosaurier. Ja, wieso? Jeder hält sich an irgendwen fest. Das kann nicht gut sein. Was ist das? Der größte Fleischfresser aller Zeiten. Lauft! Seht ihr? Gar nicht übel.